Girls' Day und Boys' Day. Was ist das überhaupt? Der Girls' Day und Boys' Day sind Aktionstage zur Berufsorientierung, die einmal im Jahr stattfinden. An diesem Tag können Mädchen Berufe kennenlernen, in denen bisher meist Männer arbeiten, zum Beispiel Kfz-Mechatronikerin, Ingenieurin, Informatikerin. Oder sie lernen Frauen in Führungspositionen kennen. Jungen lernen Berufe aus Bereichen kennen, in denen Frauen in der Überzahl sind, zum Beispiel Bildung, Pflege und Erziehung. Oder sie nehmen an Workshops zu Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und Lebensplanung teil. Rollenbilder, also wie Männer und Frauen angeblich sind, beeinflussen noch immer die Berufswahl von vielen jungen Frauen und Männern. Obwohl es eine Vielzahl von Berufen gibt, wählen die meisten Schülerinnen und Schüler Berufe, in denen bereits viele Frauen bzw. Männer zu finden sind. Man sieht das in etwa in Kitas, Grundschulen oder im Pflegebereich und in Kfz-Werkstätten, im IT-Bereich oder technischen Berufen. Die Berufswahl sollte von individuellen Interessen, Neigungen und Stärken geleitet sein, nicht von Geschlechterklischees. Der Girls' Day und Boys' Day sind eine Möglichkeit, Berufe frei von Geschlechterklischees kennenzulernen. Erziehungsweise Untertitelung des ZDF, 2020